Was ist zu tun in einem Störungsfall bei einem Flow 2 Treppenlift? In diesem Video zeige ich Ihnen drei Fehlersituationen und wie Sie sie beheben können. Bleiben Sie dran! Zu 90% sind es Kleinigkeiten, warum Ihr Treppenlift nicht mehr fährt oder ein Piepgeräusch abgibt. Oft sind diese Störungen wirklich schnell behoben. Wir bei Sony Lift sind spezialisiert auf dem Flow 2 und den Homeglide. Für den Homeglide finden Sie ein separates Video zu Fehlersituationen. Gerne führe ich Ihnen hier einmal die gängigsten Lösungen für diese Modelle vor. Diese können aber häufig auch auf andere Liftmodelle übertragen werden und treffen auf diese zu. Fehlersituation 1 Wenn Ihr Lift piept, schauen Sie als erstes, ob Ihr Treppenlift wirklich in der entsprechenden Halteposition steht. Oben oder unten. Dieses Piepgeräusch tritt meist nur dann auf, wenn der Stuhl nicht in seiner Halteposition, sprich in seiner Ladeposition steht. Falls der Stuhl jetzt immer noch piepen sollte, kontrollieren Sie, ob der Stromanschluss gewährleistet ist. Schauen Sie, wo das Trafo ist und kontrollieren Sie, ob dieser an der Steckdose angeschlossen ist. Wir haben schon oft erlebt, dass zum Beispiel der Stecker gezogen wurde, weil zum Beispiel die Raumpflegerin den Stecker aus der Steckdose gezogen hat, um zu staubsaugen. Kontrollieren Sie natürlich auch, ob keine Gegenstände oder Jacken auf der Fahrschiene verkallt oder verklemmt sind. Fehlersituation Nummer 2 Der Lift blinkt am Bedienhebel rot. Dieser befindet sich in der Treppenliftarmlehne. Der Lift fährt normal ohne Hinweistöne oder Piepgeräusche. Dies deutet darauf hin, dass der Wartungstimer des Liftes aktiv ist. Dieser meldet sich immer automatisch nach 180 Stunden. Wichtig, nach weiteren 20 Stunden bleibt der Lift in der unteren Haltestelle stehen und Sie hören einen Dauerpiepton. Dieses kann man beheben, indem man den Bedienhebel in der Armstütze herauszieht und ihn nach ca. 10 Sekunden wieder einsteckt. Achten Sie bitte darauf, dass der Lift bei dieser Handlung in Betrieb ist. Mit dieser Vorgehensweise ist die Wartung wieder um 180 Stunden zurückgesetzt. Die Anzeige leuchtet jetzt wieder dauerhaft grün. Sony-Lift-Hinweis Dies ersetzt allerdings auf keinen Fall die notwendige Wartung. Hierfür kontaktieren Sie bitte unbedingt Ihren zuständigen Händler. Falls es sich um einen Flow 2 handelt, melden Sie sich gerne bei uns. Wir kümmern uns um die kurzfristige und wirklich notwendige Wartung. Fehlersituation Nummer 3 Die Batterie in der Fahreinheit ist zu schwach. Dies macht sich bemerkbar, wenn Sie den Bedienhebel betätigen und die Statusanzeige als erstes grün blinkt und danach direkt rot. Hierauf folgen kurze Signaltöne hintereinander. Anschließend blinkt die Leuchte dauerhaft in Nellgrün. Auch hier kontaktieren Sie bitte unbedingt Ihren verantwortlichen Händler oder wenn es sich um einen Flow 2 handelt, gerne auch Sony-Lift. So können wir auch kurzfristig die notwendige Wartung durchführen und die Batterien tauschen. So sind Sie in kürzester Zeit wieder in Ihrem vier Wänden-Mobil. Diese Fehlersituationen sind in der Regel die häufigsten Ursachen und können oftmals selbstständig am Telefon gerne auch begleiten mit unserer Unterstützung gelöst werden. Sie haben weitere Fragen zu eventuellen Störungsfällen oder Wartungen? Dann melden Sie sich jetzt gerne direkt über unser kostenloses Servicetelefon 0800 3x die 089 08 oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Webseite unter www.sonylift.de. So können wir sicherstellen, dass wir alle Möglichkeiten in Ihrem Sinne prüfen. In der Infobox finden Sie weitere Informationen und unsere vollständigen Kontaktdaten. Vielen Dank! Vielen Dank!